Da sind wir wieder, bei Dimas Videoturnier, dem größten und besten Videoturnier, das es jemals auf dieser Erde gegeben hat. Und ich verkünde euch jetzt, Teilnehmer Nummer 7, oh warte, da ruft schon wieder einer an. Hallo? Markant! Aha! Wie willst du denn? Nee, nein, du kannst nicht noch mitmachen bei Dimas Videoturnier. Ja, ich hab schon alle Teilnehmer. Ja, Seops war ernst gemeint. Warum fragen mich das alle? Egal, jedenfalls, du kannst nicht mitmachen, meine Güte, ich hab jetzt richtig geile Teilnehmer noch am Start, 7 und 8 werden jetzt Bomben und nein, du bist, tut mir leid, du bist halt zu schlecht. Also, tschüss. So, Freunde, Teilnehmer Nummer 7, hat sich einen Namen gemacht, unter anderem, im VBT 2013. Und ich bin sehr stolz, ihn hier dabei zu haben. Es ist... Okay, ein allerletztes Mal geb ich mir noch diesen Affenzirkus. Wieso Quali machen, glaubt mir doch, ich kann das wirklich. Viele denken durch das Video, im Battle reicht ne Spiegelreflex, zum Kompensieren ihrer Wackness. Ups, da hab ich leider die falsche Quali gerade reingeschnitten. Es ist natürlich nicht Spliff-tastic, sondern es ist jemand, der sich einen Namen gemacht hat, durch Features mit unter anderem Tatwaffe. Ich rappe so lang, bis die Wackness hier stirbt. Das ist meine Bewerbung für Dimas-Battle zu näher. Ja, Felix, der lange am Beat. Ich schmeiß dich raus, dicker. Laber mal, mein Flow scharf wie ein Katana, weil mein Mentor ein Shaolin war. Ich bin auch gewachsen unter Ninjas, doch lebe wie ein Ronin, so wie all die anderen Dope-MC's, mit denen ich Bro bin, die so broke sind, weil die Mucke niemals Klunker bringt. Doch, scheiß drauf, da steckt mein Herz drin, das ist unser Ding. Guck, jetzt gibt's endlich wieder Titan-Rap vom Westen seiner Zeit und weit und breit. Ich schreib' paar Lines und dreiß' paar Wack-MC's, hier klitzeklein. Denn ich hab' meine Schreibblockade bezwungen, 1A-Parts von den Jungs. Ich bring's auf den Punkt, ohne nach jedem Wort ein Komma zu setzen. Komma, klar, was du machst, es ist mehr Stottern als Rappen. Leute sagen, ich bin Musiker, kein Rapper, man. Wenn Rap keine Musik ist, warum rappst du dann? Ich bring' den Old-School-Shit auf Gesäppelten, Beats, Stallone-Rap. Ich seh' zu, wie meine Enemies fliehen. Ich lad' die Cannon und Cheese, und ich meine keine Fotos. Ich bring' ein paar meiner Brudis, die sind leider alle loko. Und die hauen dir deine Fresse mit nem Basie ein. Schleif' dir hart mit nem Hammer auf den Sack und du bist Ladylike. Was willst du, Penner? Dann auf Bier. Du machst auf Gangster-Enemy, doch hast nur Credibility, so wie die Brady-Family. Bitch, ich bin hier im Battle, hart und erfordert. Das wird kein Kopf-an-Kopf rennen, ziamesische Sportler. Oh... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020